Dir ist es wichtig, in der IT immer am Ball zu bleiben? Du möchtest im Rahmen deines bevorstehenden Pflichtpraktikums die vielfältigen Disziplinen und damit verbundenen Schlüsselpositionen in der IT-Projektwelt von ADESSO kennenlernen? Und Du bist der Meinung, dass es eine eingespielte Mannschaft braucht, um wirklich erfolgreich zu sein? Dann ist das IT-Projektikum von ADESSO genau das Richtige für Dich. Bei ADESSO bist Du von Anfang an Teil des Teams und Du kannst in die verschiedenen Rollen schlüpfen, die für ein vollständiges IT-Projekt nötig sind. Und ganz nach unserem Motto Ski4IT setzen wir auf diverse Teams und wollen mehr Frauenpower in die IT bringen. Wenn Du Dich angesprochen fühlst und im Rahmen deines IT-Studiengangs das sechsmonatige Pflichtpraktikum absolvieren musst, dann bewirb Dich direkt beim besten Arbeitgeber in der ITK. Pflichtpraktikum PflichtpiePraktikum Vielen Dank.